Das Finale im Tölt gewonnen. Wie hat es dir gefallen heute? Super! Er war viel besser drauf und es war jetzt schon eine zweite Erfahrung mit ihm. Und jetzt denke ich, schauen wir positiv in die Zukunft. Seid ihr bei der Mem dabei? Ja, auf alle Fälle. Was ist da das Ziel? Ja, gut reiten, gut sein. Und was macht ihn besonders aus? Was ist das Tolle an Haugangut? Die Ruhe, die er hat. Einfach immer, er ist immer so, immer gleich. Man kann sich auf ihn verlassen. Okay, dann viel Spaß weiterhin. Vielen Dank und Glückwunsch.